Ich wie früher, alles gut. Ne, ich muss mir jetzt mal neue Kopfhörer kaufen, weil die es nämlich echt rausholen und so. Was ist das? Was ist das? Du brauchst Futter, gut. Ich komme dann mal her. Du weißt, dass wir nur noch ein Ding haben, ne? Oh. Wir hatten übrigens vorher auch nur eins, wir haben durch die Krypta eben noch eins zubekommen, dass wir direkt verprasst haben. Wollte ich dir nur sagen. Ne. Ach, wie bist du? Gut, dann würde ich sagen, ein Clip. Na denn. Das ist sowieso Nacht. War das? Ja, Tag 5 Abend. War das schon Tag 5? Ja. Pfff, das war überhaupt nicht übertrieben. Ich hasse diese Schnittstelle, man sieht einfach geil jetzt. YouTube wird das so ekelhaft aussehen lassen. Ich weiß nicht, hast du das bei dir auch, dass du ein Video in Highend hochnitzt und das kommt wirklich richtiger Pixelbrei bei raus? Ne. Ich habe gestern auf Twitter mal so einen Vergleich gemacht. Hast du den gesehen? Mein Bild gestern auf Twitter, YouTube ist das normal? Das war ja wohl eindeutig. Musst du dir mal angucken. Ich habe gestern mal für alle, die es jetzt immer nicht glauben, einen Vergleich hochgeladen, wo ich einen Screenshot an der selben Stelle gemacht habe, im Video, im Original. So wie es gerendert war und eins wie es auf YouTube aussah. Wie sieht es eigentlich mit Wärme aus? Gelb. Ich meine, wollen wir es jetzt langsam mal versuchen? Weil ich meine, bei mir ist es kurz vor Rot, deswegen... Achso, ja, bei mir auch gleich. Ähm, jetzt mal gucken. Da hinten... Oh. Achtung. Ah nun! Ähm... Häkotisches Diaroma! Vielleicht zwei Stück davon. Äh. Äh, hä, hä, hä! Hä? Oh, oh. Oh, scheiße! Wir haben ein kleines Problem, Alex. Ach! Guck mal, gelten ja auch als... Wir haben da? Nein. Doof. Scheiße, ich erfriere gleich. Ähm. Da hinten. Du kannst läm' nicht auf. Du kannst mich allein wiederbeleben. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Hier ist weit und breit nix. Oh, scheiße. Oh, Gott. Ich hab' ne Krypta entdeckt. Das redet mir den Arsch. Und ich kann mich auch wärmen. Oh. Oh. Halleluja. Halleluja. Ich war wirklich... Ich hab das Gefühl, sie wäre wirklich jede Sekunde verreckt. Ich hab wirklich das Gefühl gehabt. Also, Fehler bin ich... Und ich hab' ne Krypta entdeckt. Komm her zu mir. Die hatten wir nämlich noch nicht. Tag 6, morgen. Alter. Hast du mit Gewerbe zu tun gehabt? Irgendwie so? Ich hab' jetzt... Ich konnte mir nicht konzentrieren. Nee. Achso. Nee, ein Flammenwerfer-Tür. Hat der nicht wenigstens aufgewärmt? Nö. Mögt man ja meinen. Alter, war das knapp. Alter, ich schwitze. Ich stehe im Saft. Das ist natürlich aber voll die Anspannung, weil du überleben willst. Ja, natürlich, wir wollen ja unseren Rekord knacken. So, kommst du hierher oder musst ich die Krypte alleine untersuchen? Nee, ich komm, ich komm, ich komm. Übrigens, unser Rekord liegt bei neun Tagen. Ja, und wir stehen bis jetzt zwölf Tage. Wir versuchen heute Minimum zwölf. Mehr geht immer. Wir sind bei Tag 6, aber was sieht's gut aus? Ähm. Keksi? Ja? Ich hab' Angst. Hier sind ganz komische Geräusche in der Höhle. Oh yeah. Achso, ich hab' kein Holz mehr. Das ist gerade ausgegangen. Warte mal. Ich bin ja aufgewärmt. Ich hab' Angst. Was sind denn hier für Geräusche? Viecher. Vorsicht. So irgendwas, Leopard. Es stand ja vor ein exotisches Tier in der Nähe. Ja, ja. Hat sich so auch angehört. Ja, er sich sieht ein Zopf, Lara. Ach. Ucha. Uah. Ah. Überlebende, Überlebende, Überlebende. Genau. Hast du das Problem geklärt? Ucha. Was war das jetzt? Doppel. Au. Uah. Sagen wir mal du ein. Ich geh' aber hoch. Hä? Okay. Ja. Nichts. Hier sind die gleichen gefallen wie letztens. Ja, ja. Ich weiß, es ist, sie haben, also irgendwie scheint es, ich weiß nicht, wie viele Krypten es gibt. Das ist das Problem, aber ich glaub' genug. Ich glaube, das war dann hier geradeaus. Genau. Hallo, Lara. Gehst du da bitte hoch? Was? Herr Kix. 217.919. Geminator, 217.919. Hey! Punktegleichstand. Hä? Lara, geh da einfach hoch. Oh. Das ist neu, glaub' ich. Expeditionen. Cool. Klar war, wenn wir immer zusammen, oder fast immer zusammengespielt haben. Ressourcen. Gewöhnlich. Stoff, Kräuter, bla bla bla. Du schaust irgendwie falsch so fickt aus, Lara. Nicht nur, Lara. Nicht nur, Lara. Wenn ich jetzt gerade Face-Packern anhaben würde, die Leute würden sehen, wie ich einfach eiskalt am Schwitzen bin. Meine Face-Packern ist an. Hallo. Nimmst du aber noch nicht mit auf, oder? Doch. Herr, wo bist du? Hi. Hä? Irgendwie ist Lara gar zu blöd, da hochzukommen. Warte, ich komm' hoch. Ah! Abschießen. Das kann man auch zu zweit spielen. Was? Das Abschießspiel. So, Kekse ist dran mit aufmachen. Bupurupuru. Und wir haben Eis in den Griff. Was auch immer das wieder ist. Gute Frage. Also, Kekse bei Tag 9... Ja. ...machen wir erstmal eine Pause. So, einmal so kurz verschnaufen. Einfach nur Pause drücken. So, und dann... Ach, ne, können wir nicht. Scheiße, können wir nicht. Geht ja alles weiter. Hm. Alter, egal. Dann wird durchgezogen. Server-Info. Dann wird durchgezogen. Und dann spielen wir... Entweder... Wir spielen so weit, wie wir kommen. Aber Tag 12 ist das Minus. Ja, dann nochmal gehen nach Hause. Genau. Und dann machen wir vielleicht nochmal eine kleine Runde. Ach, hier war ich doch. So, ich bin mal wieder nach oben. Äh? Nach oben. Huchala. Ja, was ist denn das? Willkommen bei Buggy Lara Croft. Tomb Raider Rise of the Tomb Raider. Blablabla. Buggy Lara Croft. Sie Angel of Buckness? Meinst du? Buggy Lara Croft. Sie Angel of Buckness gibt's schon. Hm. Ich mag die Engine von dem Spiel nicht. Äh. Wie ich durch bin. Ja, ach du Scheiße. Ich komme aus dieser Höhle nicht raus. Das ist aber schon eine ganze Stunde. Scheiße. Nee, ja. Länger. Tag 6 Abend. Genau, was ich gebraucht habe. Wie komme ich hier raus zum Fick? Ach da. Ich brauche was zum Essen. Hallo? Kick sie? Mach keinen Scheiß. Da hin. Ich schaffe das schon. Ich bin noch in der Hölle. Ich glaube an mich. Aber ich habe kein Holz mehr. Es ist, ich kann kein Feuer mehr machen. Scheiße. Scheiße. Ja, ich glaube, ich schaffe es doch nicht. Doch, ich schaffe es. Ich schaffe das. Du kannst das. Scheiße. 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 Traps nimmt das Oberle nicht auf. Das nimmt nur direkt die DirectX-Anwendung. Scheiße, ich brauche Holz. So, ich brauche alles. Egal was. Wärme. Scheiße. Lara, 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 Lara. Hast du noch Holz? Ich schaue, ich muss schauen. Bitte sag ja, und es ist bei mir auch gleich rot. Gut. Dann gehe ich direkt gleich jagen. Dann gehe ich direkt gleich jagen. Ach. So, komm mit jagen. Ist das schon wieder Abend? Natürlich. Immer dann, wenn Abend ist. So, immer noch Tag 6. Nase juckt. Irgendwas passiert gleich. Du meinst sowas wie Bärbel? Siehste. 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 Ich habe sowas in der Nase. Und da ist noch ein heimischer. Mach du mal. Ich brauche das Futter. Alles gut? Oh, danke. Wie wir uns hier einfach ein... Alter, es reicht! Ja, meine juckt auch. K-A-P-D-I-E-M, meine Freunde. K-A-P-D-I-E-M. K-A-M-A! Was, K-A-B-A? K-A-M-A! Ach so. Ich habe halt ein K-A-B-A. K-A-P-A. K-A-P-A. K-A-P-D-I-E-M. My friend. Hui. Wärme, Wärme. Sehr gut. Hui. Wärme ist gut. Ich brauche zwar auch ein bisschen Futter, aber das ist noch nicht so dringlich. So, Tag 7 gleich. Okay. Wir halten uns. Wir halten uns perfekt. Hier kommt gleich ein Vieh. Ja, da. Das ist schon wieder irgendwas. Ja, ich schau. Das war ein Eichhörnchen. Da, 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 da. Was ist da, 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 da? Werbe. Oh. Also, sag mal so gut. Ach, nehmen wir sie beherbeln, die ist viel cooler. Mischka. Wo ist das Dreckschen? Nee, Mischka ist die so cool. Ja, ich bin gleich auf dem Weg stehen. Ich sehe nichts, ich habe nur weißen Schauer, ich sehe nichts. Wenn du sie, bevor du sie erlegst, sagst du Bescheid. Da hinten ist wieder ein Wolf. Da ist ein Einheimischer. Ich begebe mich mal zu dem Wolf. Jetzt finde ich den Wolf nicht mehr. Da, da. Oh, ich habe alles voll eiskalt. Nein, ich will meine Kuh. Ach, geh kacken, Alter. Kuh. Danke. Wo ist der jetzt hin? Da. Ohne Witz jetzt. Damit sich das Vieh verarschen. Was denn? Oh nein, ich bin nicht der Wolf, der da hinter dir ist. Da. Ey, ey, ey. Wie weiß wird denn das noch? Kannst du bitte den Dings mitnehmen? Brauchst du Wärme? Ähm, nee, es geht noch. Achso, das ist nur Öl. Entschuldigung, habe ich gar nicht. Wäre Öl gewesen. Ich habe Holz wieder voll. Das ist gut. Ja, ich werde dich hier bombardiert. Super. Ich sehe dich gerne. Ach, da bist du. Ich bin hier bei dem Basislager noch. Wo hier dieses Signalding und das alles ist. Da ist ja noch Wärme. Da stehe ich. Ich muss aber langsam wieder so jagen, dass die Nahrung langsam voll wird. Hier ist ein Wildspein. Warte, ich komme gleich. Wollen wir mal einen Schluck trinken? Alter, du siehst da gar nichts. Nee, ich dumm halt, ne? Das wird auf YouTube so scheiße aussehen. Wird ewig viel Bitrate auf meinem Rechner fressen und auf YouTube ewig scheiße aussehen. Ach, scheiß drauf. Ne, ich finde es langsam nicht mehr lustig, ganz ehrlich. Huch, da sind die. Ich bin jetzt kurz davor, dass ich wirklich sage, ich lade jetzt ab jetzt ein 1440p hoch. Damit YouTube mir einen gescheiten Kohle gibt. Damit YouTube mir einen gescheiten Kohle gibt. Einfach so. Einfach hochstritchen. So viel wert ist es mir jetzt nicht. Damit YouTube es hochstratcht. Ich muss es ja nur ein 1440p rennen, nicht aufnehmen. Was machst du denn da? Töten. Au. Hast du? Ja. Futter? Ja. Hab ich. Eine Stunde fünf. Dupi-du-du-du. Dupi-du-du. Duh-du-du-du. Duh-du-du-du-du-du. Hmm. Trinity. Guck mal an. Nee? Doch. Einheimische. Ach, leck mich doch. Hä, schon wieder? Alter, was machst du? Komm her hier, zu mir Nee, 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 ich hab hier Feuer Ich hab hier Feuer Frenz das Ich werd hier aber auch ganz schön bombardiert Ja, wobei, ich verspere jetzt hier kein Feuer Hier ist doch genug bei mir Brauchst du noch nicht anzünden Nee, ich hab hier eine Laterne Ja, sowas hab ich auch Ey, das wird immer schwerer, alles vollzukriegen Aber du musst es vollkriegen, sonst kannst du hier auf der Karte nix machen So, komm mal her zu mir, wir müssen zusammenbleiben Nein, jetzt ist Foxo online und jetzt ist... Ah, loke dich Tja, muss ja an irgendwen legen Foxo geht offline Warum? Weil wir aufnehmen wollen Nee, ähm, Skype Dings UI und so Wieso Skype? Skype hab ich ausgemacht Komplett Könnt ich auch mal machen, warte mal Dafür sind wir doch in Discord Und bewegt dich, bewegt du dich sowieso mal nicht Dann kann ich in Ruhe zu dir kommen Bist du im Wasser? Ja, super, jetzt ist Skype Ah Warte mal So So Tag siegen Morgen Alter Das gibt's nicht Skype ist so hartnäckig am PC Furchtbar, ne? Meck Wow, Tag acht bald Tag neun schaffen wir Wieso musst du an einen warmen Ort, Lara? Ich hab ne Lampe Aber ich muss Keksi erstmal finden Wo bist du? Ich bin auf dem Weg zu dir Du solltest schnell stehen bleiben können Aber ist egal, jetzt bin ich da, wo du vorher warst Und du bemerkst jetzt da, wo ich war Nee, wird auf uns gleich entgegen Ja, dann müssen wir uns ja jetzt gleich treffen Hallo, da, hinter dir Ja, hab ich gesehen So Jagen und Krypta Wie viele gibt's eigentlich? Hat da irgendwer ne Übersicht? Hm, ich hab so viele wie es gibt Also Wart mal Ups Ja Das war ich Ähm Also wir haben bis jetzt Vier Krypten entdeckt Ja So Aber Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie viele es jetzt gibt Ja, eben Ich glaube, es gibt unendlich viele Ich glaube, die Welt ist unendlich groß Das wär geil Aber es ploppt hier die ganze Zeit irgendwas auf Und ich weiß nicht, was es ist Neue Krypte entdeckt Ich komm zu dir Hä? Ich bin immer hinten und das Hä? Du rennst wahrscheinlich nicht immer so wie ich Ich renne ja erstmal Ich bin ja erstmal in den Tell geraten wegen Futter und sowas Warte, ich hol nur schnell noch ne Lampe Und dann geht los Wo ist der Keksi denn da? Die rasen ihn einfach immer noch nach Tag Sieben Oder fast nach Tag Acht Immer noch aus wie Frisch geföhnt Was übrigens voll geil ist Ist, dass das Trefffx auch bei Keksi emuliert wird Von meiner Grafiker Das ist geil Echt? Dein Lara hat bei mir auch Trezor Vicks Das hab ich gar nicht geachtet Stimmt Vielleicht ruckelt es deswegen so Bei mir ruckelt es nicht Das wäre traurig, wenn es dann bei dir ruckeln würde Weil ich hab die Grafiker, die jünger ist Sprich älter Ne, ne, es ruckelt nicht so schlimm Also es läuft Butterweich Ich hab im Schnitt 50 FPS Und es läuft Butterweich Vorsicht Vielleicht weil jetzt auch meine CPU ein bisschen angespannt ist Äh, auf Und? Glaubst du meine nicht durch aufs Nehmen? Keksi, wir haben ungefähr beide das Ja, eben Kannst du nicht OBS einfach über die Grafiker laufen lassen? Ach ne, scheiße, Windows 7 Du hast zu mir gesagt, ich darf das nicht Stimmt, Windows 7 Hab ich gerade mich doch selber korrigiert Du kannst es probieren Du musst natürlich vorher Testaufnahmen machen Hey Ich hab dich jetzt aber nicht geschubst Oh Egal Wir haben noch Eins Hier die Krypte Hä? Oh Was? Cool Hier war beides drin Trinity und Ja Und die Einheimischen haben die umgebracht Ich bin jetzt super So Ich hab jetzt Respekt vor diesem Ding Ich löse es aus Aber auch sichere Entfernung Schon wieder so ein scheiß Kodex Mann Ah Was mach ich denn? Tag 8 Ja, Tag 9 schaffen wir Locker Wir sind gute Formen Ich stell uns gar nicht mal so durch an Nein Überhaupt nicht Ich bin doch gleich da, Schatzi Ruhig, Blut, Rauna Na Tanze Tanze, Bitch Tanze 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 Lauf Schlampe Lauf Tanze Ich gebe dir mal extra einen Feuerweg Geologe Was heißt jetzt Geologe? Weiß man nicht Das ist Wissenschaftler heutzutage noch ein Rätsel Untertitelung. BR 2018